Zunächst waren ungefähr die Hälfte des gesamten Lehrbetriebs und die Verwaltung völlig lahmgelegt. Aber nichtsdestotrotz, man muss ruhig bleiben, weil wenn man in Panik verfällt und vielleicht auch nicht genug Schlaf bekommt, trifft man einfach falsche Entscheidungen. Unternehmertum at its worst sozusagen. Da findet ihr aktuell eine Schlacht sondergleichen, um jeden ITler, der irgendwie eine Maus schubsen kann, statt. Letztlich entsteht ja auch wissenschaftlicher Fortschritt aus solchen Bedrohungsszenarien oder Überraschungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Jonas Zerweck, euer Host und heute geht es um Cyberangriffe auf Forschungseinrichtungen, so wie uns das Wuppertal-Institut. Cybersicherheit ist ja schon seit ein paar Jahren ein Thema. Immer wieder gibt es und hört man aus den Medien Angriffe auf verschiedene Organisationen und Infrastruktur. Und bis vor kurzem standen da in der öffentlichen Debatte aber eher Großunternehmen. Energieversorger zum Beispiel oder ähnliches. Spätestens aber seit dem massiven Hackerangriff auf die Universität Duisburg-Essen im November 2022 ist klar, dass eben auch Universitäten, Forschungseinrichtungen sehr intensiv sich mit Cybersicherheit beschäftigen müssen. Es hat Cyberangriffe auf Forschungseinrichtungen, auf Universitäten und auch Universitätskliniken schon seit den 80er Jahren gegeben, aber mittlerweile hat diese Zahl der Angriffe stark zugenommen. Welche Gefahren ganz konkret von solchen Angriffen ausgehen, wie die vielleicht auch ein bisschen ablaufen und was Forschungseinrichtungen machen, wenn sie mal so einen Angriff erleben, das besprechen wir in dieser Folge. Dafür habe ich zwei Gäste bei mir sitzen, auf die ich mich sehr freue. Zum einen ist hier Birgitta Wolf, sie ist Direktorin der Bergischen Universität Wuppertal seit letztem September. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Und Michael Lüttich ist hier. Michael leitet am Wuppertal-Institut die EDV und hat deshalb das Thema Cyberangriffe und Cybersicherheit für das Wuppertal-Institut im Blick. Hallo Michael, schön, dass du auch da bist. Ja, hallo, vielen Dank. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, ein kurzer Disclaimer von mir, weil es bei diesem Thema tatsächlich um die digitale Sicherheit geht, wie die, die wir hier besprechen, dieser beiden Organisationen, wenn wir an einigen Stellen eventuell etwas vage bleiben, können wahrscheinlich nicht immer ganz ins Detail gehen, seht uns das nach, denn hier ist tatsächlich etwas vor sich geboten. Frau Wolf, ich wollte mit einer Frage an Sie anfangen. Die Uni Wuppertal ist im vergangenen Sommer ja auch selbst Opfer eines Cyberangriffs geworden, wurde angegriffen. Da waren Sie noch gar nicht an der Uni. Ich habe gerade gesagt, Sie sind im September dazugekommen. Aber vielleicht können Sie trotzdem ein bisschen das erzählen, was Sie darüber erzählen mögen, über diesen Angriff, was da passiert. Ja, also ich bin auch sehr schnell von meinem Vorgänger, von Lambert Koch, informiert worden. Das war ja im Juli, 21. Juli 2022, wurde eben festgestellt, dass es eine Störung in einem zentralen IT-System gab. Und am selben Tag rollte dann sofort da ein ziemlich ausgefeiltes Krisenmanagement an. Das wird ja sonst in der Theorie immer vorher diskutiert, festgelegt. Aber die waren dann wirklich sensationell schnell wirklich auch unterwegs, haben nicht nur die Hochschulleitung informiert und alle möglichen Informationsketten in Gang gesetzt, sondern auch sofort sich einen externen Dienstleistern, Spezialisten dazugeholt. Da gibt es auch Erfahrungswerte, wer das gut macht. Es gibt eine Liste vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wen man da auch fragen kann. Und es war auch ein Dienstleister, der anderen vergleichbaren Einrichtungen auch schon geholfen hat. Ja, und dann ging das ganze Thema los. Gott sei Dank ist es so früh entdeckt worden, dass noch kein ernsthafter Schaden wie in Duisburg-Essen an der Uni bestand. Dieses Thema Zeit, Michael, das ist kritisch, oder? Also wie schnell man auf sowas reagiert? Ja, je eher, desto besser. Weil wenn man den Angriff in seiner Anfangsphase noch erkennt, sind einfach nicht so viele Systeme betroffen. Es sind nicht vielleicht hoffentlich so viele Daten abhanden gekommen. Aber das muss dann vermutlich der externe Dienstleister genauer beurteilen, was dann wirklich weggekommen ist, was wirklich für ein Schaden entstanden ist. Weil oft sieht man nur die Oberfläche und was darunter passiert ist. Das sieht man im Idealfall für den Angreifer überhaupt nicht. Weil wir da zum Beispiel von Programmen oder sowas reden, wo ich irgendwie reingucken kann und sehe, ich erkenne irgendwie, da ist was oder bekomme ich tatsächlich eine... Also ich habe überhaupt keine Vorstellung. Wie bemerke ich, dass da ein Angriff ist? Ja, also da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, weil es gibt nicht den einen Angriff. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten. Also es gibt in der Tat Hard- und Software, die analysieren in Sekundenbruchteilen ständig das gesamte Netzwerk und melden sofort Anomalien. Das ist eher nichts, was Forschungseinrichtungen haben, weil wir reden hier von Budgets. Das ist gewaltig für die Hardware und auch die Lizenzkosten. Wenn man so sein Netzwerk aufgebaut hat, dann kann man schon erkennen, wenn gerade was abnormal ist. Das können ganz einfache, banale Dinge sein. Störungen bei irgendwelchen Providern, vielleicht auch ein internes Problemserver, der einfach hängt oder ähnliches. Aber da ist eben reagieren wichtig und eine vernünftige Entscheidung treffen. Entweder alle vom Netz nehmen, das ist meistens so die eine Entscheidung, präventiv und gegebenenfalls den Informationsfluss dann im Haus stören. Einfach Stecker ziehen. So ungefähr. Also im übertragenen Sinn. Ganz genau. Oder aber laufen lassen und beobachten und dann das Risiko eingehen, dass sich der Angriff ausweitet. Also echtes Krisenmanagement. Sie haben gerade schon gesagt, Frau Wolf, da gab es einen Plan, der ist in der Theorie vorbereitet. Aber dann muss das auch passieren, wenn man dann mal in der Situation ist. Und Sie haben gerade gesagt, das hat ganz gut funktioniert. Ist das tatsächlich auch etwas, wo es sich dann auch wirklich ausgezahlt hat, diesen Plan zu haben, weil man sich einfach dann daran hält? Ja, aber ich glaube, man braucht, das soll man nicht zu laut sagen, im Zweifelsfall auch immer ein bisschen Glück, dass wirklich im richtigen Moment die richtige Person mit der richtigen Expertise an der richtigen Stelle aufmerksam ist und merkt, dass eben so eine Kompromittierung da irgendwie bei einem Teilsystem vorliegt. Und so war das bei uns wohl auch. Und dann konnte man eben relativ schnell lokalisieren, was war das? Und die eine Domain muss dann einfach wirklich vom Netz. Und das hieß dann bei uns ganz konkret, dass ungefähr die Hälfte der Lehrstühle und die gesamte Verwaltung tatsächlich zunächst mal nicht oder nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig war. Es war zunächst wohl kein Datenverlust, irgendwie zumindest festzustellen. Aber das beeinträchtigt natürlich den Arbeitsbetrieb ganz massiv. Und dann gehen die Bemühungen eigentlich in zwei Richtungen weiter. Das eine ist, Arbeitsfähigkeit möglichst schnell herzustellen über irgendwelche Schatteninstrumente, die man da in place haben sollte. Und das zweite ist natürlich, die Attacke zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass die, die das angestellt haben, dann nicht womöglich doch noch ihr Ziel erreichen, von dem man zunächst ja auch gar nicht weiß, was genau es ist. Ja. Und warum wollen sie es machen? Also man weiß ja am Anfang erstmal gar nichts. Kam das für die Uni Wuppertal vollkommen unerwartet, der Angriff? Also eigentlich rechnen wir in unseren schlimmen Träumen alle damit. Sonst würden wir uns ja nicht so intensiv dagegen wappnen wollen. Aber wenn es dann passiert, ist natürlich trotzdem immer eine unangenehme Überraschung und ein Schock. Ja, ja. Rechnest du auch immer damit, Michael? Quasi täglich. Ich sage manchmal so, es ist nicht die Frage, ob es einen erwischt, sondern wann und wie hart. Ja, okay. Ja, das ist einfach so. Aber jetzt ist es ja zum Beispiel bei dir so, auch du bist mal irgendwie, ich glaube, du schläfst ab und an, oder? Also du hast doch auch mal Feierabend, oder? Ja, so theoretisch. Also das, weil Sie haben gerade gesagt, da muss die entscheidende Person gerade mal drauf gucken. Das zu gewährleisten ist doch wahnsinnig schwer. Es ist doch auch eine rein personelle Frage dann am Ende, oder nicht? Letzten Endes auf jeden Fall, natürlich. Also es sollte mehr als eine Person geben, die sich um so wichtige Themen kümmert. Eine gewisse Redundanz personell ist da auch unbedingt notwendig. Und das ist auch einer der Schwachpunkte. Wir sind ja häufig in den IT, aber auch in anderen Bereichen chronisch knapp ausgestattet mit Fachleuten. Also das ist tatsächlich schon einer der Punkte, an denen man auch arbeiten muss. Ja. Ist das gerade ein Thema für Forschungseinrichtungen aus Ihrer, eurer Perspektive? Ist das, was die Wissenschaft, also die Wissenschaft ist, glaube ich, das kann man vielleicht schon mal so sagen, ist vermutlich besonders im Ziel, wie Sie hier seid, es vermehrt auch um eine Art von Informationsauseinandersetzung geht, um eine Auseinandersetzung von Wissen vielleicht. Aber steht auf der anderen Seite dann auch der Wissenschaft, die die Ressourcen zur Verfügung sich dazu verteidigen, adäquat? Ich würde sagen, nein. Die freie Wirtschaft hat einfach ein viel besseres Budget, um sich die Fachkräfte, die exakt dafür ausgebildet wurden, an Land zu ziehen. Da findet ja aktuell eine Schlacht Sondergleichen um jeden ITler, der irgendwie eine Maus schubsen kann, statt. Und da haben die meisten wissenschaftlichen Einrichtungen eher das Nachsehen. Ja. Ist das tatsächlich eine Budgetfrage auch oder ist es auch eine der Priorisierungen von einer inneren Haltung? Also welche Priorität das auch dann, muss ja nicht nur bei den entscheidenden Figuren liegen, sondern das müssen alle im Unternehmen ja auch gedanklich mittragen, dass das ein wichtiges Thema ist. Also ich glaube, den Schuss hat inzwischen jeder gehört. Insofern würde ich auch eher sagen, das ist auch eine Budgetfrage. Wir sind ja, also Forschungseinrichtungen, Universitäten hier ja sowieso durchweg im öffentlichen Tarifsystem. Und da können wir schlicht die Experten nicht so bezahlen, wie unsere privatwirtschaftliche Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Das macht das schon ein Thema. Also alle, die in der Wissenschaft arbeiten, tun das ja auch aus einer gewissen inneren Motivation heraus. Und wenn sie so knallhart erheblich bessere und finanziell attraktivere Alternativen haben, dann überlegen sich dann doch manche Leute, ob sie wirklich ihr Herz in der Wissenschaft sehen. Ja. Jetzt ist der Angriff auf die Uni Wuppertal ein gutes Jahr her. Können Sie ein bisschen berichten, was so die, also mit dem Blick zurück die Schäden sind, die sich jetzt mittlerweile so identifiziert haben lassen? Naja, also zunächst waren in der Tat ungefähr die Hälfte des gesamten Lehrbetriebs und die Verwaltung völlig lahmgelegt. E-Mail ging nicht, Exchange ging nicht, keiner hatte seinen Kalender, Daten waren nicht zugreifbar, Archive nicht zugänglich, was für die Verwaltung eine Katastrophe ist. Denken Sie an die ganzen studentischen Prüfungsvorgänge, alle Personalvorgänge. Also da musste verdammt viel improvisiert werden. Ich selber habe am Anfang auch keine Infrastruktur hier an meinem neuen Arbeitsplatz gehabt, sondern ich durfte dankenswerterweise noch einige Monate mit meinem Zugriff auf die Frankfurter Uni weiterarbeiten und mein ganzes Büro hat mit meinem Outlook-Account meinen Kalender gemanagt. Sonst hätten wir da wahrscheinlich auch so einen Papierkalender wieder aktivieren müssen. Also es gab schon eine Menge Beeinträchtigungen und entsprechend müssen sie da ja auch in alle Richtungen kommunizieren, ganz schnell Backups aktivieren und vor allem Kommunikationssysteme haben, die genau die Störungen und die jetzt blockierten Kanäle ersetzen. Ja, das ist vielschichtig. Also man muss ja nicht nur immer sich verteidigen, sondern die Backup, die sozusagen die Fallback. Was ist der richtige Begriff, Michael? Es gibt beides, aber es ist nicht dasselbe. Richtig, also generell einfach die Sicherungen in alle Richtungen, die müssen eben da sein. Ja, ja. Und Sie haben im September angefangen, im Juli war der Angriff, also es hat sich einige Monate dann hingezogen. Man hat dann nicht, kann ich sagen, jetzt zwei Wochen, das ist passiert und dann räumen wir ein bisschen auf und dann ist es wieder gut, sondern es scheint sich tatsächlich über Monate dann hingezogen zu haben. Ja, also wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass jetzt im Hintergrund auch noch so ein paar so Migrationsprozesse und so laufen. Das ist noch nicht alles völlig abgeschlossen und da sind unsere IT-Fachleute auch wirklich noch ziemlich eingespannt. Aber man merkt es nicht mehr nach innen und außen. Die Arbeitsfähigkeit ist voll wieder hergestellt und da wurde auch sehr klar priorisiert, was in welcher Reihenfolge wieder hergestellt wurde. Also am Donnerstag war ja die Attacke. Am Freitag waren dann eben die betroffenen Systeme schon identifiziert und auch isoliert. Krisenstab hatte sich schon zusammengefunden. Dann wurden am nächsten Tag, das war dann das Wochenende Samstag, die Dekane, Dekaninnen mit einbezogen, einfach dann netzunabhängige Kommunikationsstrukturen aktiviert. Da haben wir auch eine gewisse Redundanz, seitdem natürlich nochmal professioneller alles organisiert. Und dann passierte sowas Archaisches wie eine Information von Mitarbeitenden und Studierenden über Aushänge. Die wurden am Sonntag überall verteilt in der Hoffnung, dass, falls Leute, es war ja auch noch Corona-Zeit, also es war gar nicht jeder auf dem Campus, dann doch mal auf dem Campus in irgendein schwarzes Brett gucken, dass man dann da zumindest erste Informationen hat. Und dann am Montag gab es schon E-Mail-Zugänge für so zentrale Accounts, Rektorat, Kanzler, IT-Leute hatten dann alle von unserem Netz unabhängige E-Mail-Boxen wieder. Und dann auch so Sachen wie Zahlungen oder sowas, das läuft ja alles elektronisch, wurden dann anders organisiert, damit die Leute weiter Gehälter kriegen und so weiter. Also in alle Richtungen gibt es ja da auch die Zelle. So ein paar fleißige Angestellte mit Überweisungsvorlagen zur Sparkasse. Ja genau, die guten alten Überweisungszettelchen ausfüllen. Und dann auch so Kommunikation in andere Ebenen. Sie müssen zum Beispiel den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit einbeziehen. Man stellt auch eine Strafanzeige zunächst mal gegen unbekannt. Muss man einfach machen, damit auch die staatlichen Behörden informiert sind und gegebenenfalls ihre Ermittlungen starten können. Und dann ging das so weiter. Am Dienstag, das war dann Tag 5, wurden Frequently Asked Questions und Antworten dazu auch schon breit kommuniziert. Mittwoch gab es dann schon mehr oder weniger flechendeckend eine alternative Mail-Lösung. Dann danach Gespräch mit dem Asta, dass also auch die Studierendenschaft offiziell nicht nur über Aushänge einbezogen wurde. Und dann so nach und nach kamen Funktionen wieder dazu an Tag 8, Videoportal. Dann hat man schon mal wieder auch da eine Kommunikationsmöglichkeit. Aber bestimmte Systeme, zum Beispiel Kalender oder Archivzugriff für Verwaltung, wenn ich mich recht erinnere, das war erst im Frühjahr im Jahr drauf richtig funktionsfähig wieder. Das klingt nach super viel Arbeit im Nachhinein. Und es klingt danach, dass das ganze Haus beschäftigt war. Nicht nur die IT-EDV-Abteilung, sondern tatsächlich, dann müssen ja alle Stellen zusammenarbeiten. Das nimmt alle ein bisschen Schlag, oder? Ja, also wir hatten Glück. Es betraf den Lehr- und Forschungsbetrieb nicht durchweg. Es gab also auch so kleine Inseln. Das ist dann der Vorteil der Dezentralität. Das ist Risiko, in dem Fall aber auch manchmal ein Glücksfall. Es hat dann nicht alles zusammengehauen, aber insbesondere die Verwaltung war auch massiv betroffen. Michael, wenn jetzt sowas hier passieren würde, ich erlebe dich als einen sehr ruhigen Kollegen, aber wie wärst du dann drauf? Könntest du dann noch schlafen? Wahrscheinlich wäre meine Schlafenszeit deutlich verkürzt. Das wäre, glaube ich, so das allererste. Aber nichtsdestotrotz, man muss ruhig bleiben. Weil wenn man in Panik verfällt, und vielleicht auch nicht genug Schlaf bekommt, trifft man einfach falsche Entscheidungen. Und man verschlimmbessert dann alles eigentlich nur noch. Vielleicht eröffnet man völlig anderen Angreifern mit einmal Möglichkeiten, weil man einfach einen Fehler an der falschen Stelle da gemacht hat. Ja, von daher, Ruhe bewahren ist grundsätzlich, glaube ich, wichtig in der IT. Wir als Supertal-Institut sind ja eine deutlich kleinere Einrichtung als jetzt eine Universität. Stichwort dezentral viel gerade schon. Auch wir sind ein bisschen dezentral mit einem Standort in Berlin, aber mal diesen Punkt zur Seite. Kannst du ein bisschen erzählen, welche oder was dir besonders wichtig ist und welche Priorität das Thema auch für dich hat, so insgesamt in einem Haus? Priorität steigt regelmäßig, weil die Attacken einfach generell weltweit zunehmen. Früher hatte man noch immer so, ja, man gehört ja nicht zu den Großen. Man ist eine Forschungseinrichtung, wie das ja auch schon vorhin völlig richtig im Eingang gesagt hat. Aber inzwischen ist ja keiner mehr sicher, sage ich jetzt mal einfach. Jeder ist irgendwo interessant. Aber du sagst schon, das hat sich in den letzten Jahren daran was getan. Also es wird schon mehr. Du beziehst es, würdest es nicht alleine auf Forschungseinrichtungen beziehen, sondern es ist etwas, was einfach grundsätzlich mehr wird? Ja, definitiv. Forschungseinrichtungen sind da im Grunde einfach Teil der Entwicklung? Ganz genau. Die werden einfach, ich sage jetzt mal so, mitgenommen. Bei Unis gibt es noch eine Besonderheit. Wir haben ja dadurch, dass die Professoren und Professorinnen immer sehr Wert auf ihre Eigenständigkeit legen und denen gewisserweise ja auch grundgesetzlich geschützt ist, mitunter nicht so schöne zentrale Systeme, die dann auch entsprechend zentral gesteuert und gesichert werden können, wie Forschungseinrichtungen das typischerweise haben. Sondern wir können das gar nicht richtig verhindern, dass da so dezentral das eine oder andere auch mal aufpoppt. Zum Beispiel bei datenintensiven Projekten. Da kriegen die dann eben von den externen Fördermittelgebern auch Zugang oder Mittel für Hochleistungsrechenzentren oder für andere Rechensysteme, die die auch selber aufbauen, gegeben. Und schwupp haben wir dann Verknüpfungen im Netz, die wir nicht perfekt steuern können. Das ist gängige Praxis. Es wird auch nicht von allen die Meinung vertreten, dass man das völlig unterbinden sollte, weil es auch gewisse Nachteile hat. Aber da hat man immer noch ein paar zusätzliche potenzielle Einfallstor. Und das zeigt auch sehr schön, dass diese ganze IT-Sicherheitsthematik mitnichten ein nur oder auch nur hauptsächlich technisches Thema ist, sondern letztlich ist es ohnehin ein Menschenthema, aber auch ein Orga-Thema. Man muss eben im Blick haben, was, wo, wie verknüpft ist. Und man muss auch eine Governance-Struktur haben, mit der man sicherstellen kann, dass man alles doch irgendwie zumindest etwas beeinflussen kann und zumindest kennt. Und dass man dann die Akteure gemeinsam sensibilisieren und auch durch gewisse Normen, Standards und so weiter dann doch auf eine gemeinsame Basis bringen kann. Da sind ganz viele Themen, die relativ IT-Technik unabhängig einfach was mit Unternehmensführung, Organisation und letztlich Schulung, Sensibilisierung, Kommunikation zu tun haben. Ja. Michael, du nickst deutlich. Sehr deutlich. Das waren sehr, sehr wichtige Punkte. Kannst du es ein bisschen aus deiner Sicht noch ausführen? Also das Thema Schulung und Sensibilisierung ist einfach unglaublich wichtig. Nicht, dass man auf jede x-beliebige E-Mail auf jeder Anlage klickt. Einfach mal sich bewusst machen, macht das gerade Sinn, dass ich diese E-Mail bekommen habe? Warum hat der Student die Rechnung für die Telefonanlage jetzt beispielsweise einer Universität erhalten? Macht das Sinn? Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, daran hapert es im Moment. Da gibt es eben extra Schulungsangebote für. Und da sollte man dann wirklich auch daran teilnehmen und sich auch daran halten. Und das Ganze sollte auch regelmäßig stattfinden, damit das wirklich permanent im Bewusstsein ist. Wollte gerade sagen, es klingt eigentlich relativ banal, was du gerade gesagt hast. Aber es ist natürlich in der Hektik des Alltags, wie es so schön heißt, geht sowas natürlich im Zweifel mal unter. Die Dinge, die du gerade gesagt hast, ich habe sie oft gehört. Ja, an verschiedenen Stellen in meinem Leben schon. Und will trotzdem nicht sagen, am Ende ist man dann in der Entscheidung. Es ist ja nur ein kurzer Moment, in dem man dann unaufmerksam ist, dass das Einfallstor ist. Leitet auch schön über zu den Lessons learned. Ja, also ich meine, da kann ich auch wieder nahtlos anschließen. Leitlinie Informationssicherheit haben wir ja vorher schon drüber gejoked. Die, die wir jetzt haben, die war gerade sozusagen in der Phase der Verabschiedung, als der Angriff offenbar wurde. Ob es vorher eine andere gab, weiß ich nicht. Aber offensichtlich gab es da noch Room for Improvement. Und die Lücke musste dann geschlossen werden. Und ich kann da auch zustimmen, also Sensibilisierung, Schulung, dazu gibt es bei uns inzwischen eine eigene Website. Kann man auch relativ leicht googeln, wenn man IT-Sicherheitssensibilisierung eintippt. Und es gibt eine IT-Sicherheitsbeauftragte, die da auch wirklich einen super Job macht. Die hat da ein ganzes Programm zusammengestellt. Aber das alleine reicht auch noch nicht, weil dann hat man die Website und keiner nutzt sie. Deswegen war das dann gleichzeitig auch wieder so ein Governance-Thema. Wir haben im Rektorat wirklich überlegt, welche Module machen wir jetzt über welche Wege, für wen auch mal verpflichtend. Das wird inzwischen auch gefordert, auch im Rahmen von Zertifizierung, dass man tatsächlich eine gewisse Verbindlichkeit auch in die Nutzung all dieser Schulungskonzepte und Sicherungsideen bringt. Auch unser Hochschulrat, unser Aufsichtsgremium hat sich damit sehr intensiv befasst, um zu gucken, ob das Rektorat auch wirklich jetzt alles macht, was zu tun ist. Die haben eine Zeit lang auch unseren IT-Chef wirklich in jeder Sitzung, also alle paar Monate berichten lassen. Jetzt gerade erst haben sie es wieder runtergefahren, nur jede zweite Sitzung. Also da merken sie schon, dass wirklich bei allen auch Verantwortlichen da die Alarmglocken angehen, weil letztlich hängen dann natürlich auch Haftungsrisiken für Führungskräfte mit dran. Das heißt, das ist ein Spaß für die ganze Familie, der wirklich auch bleibt. Und man kann ganz viel machen und hat trotzdem nie völlige Sicherheit. Wenn Sie sagen, an der Uni verpflichtend, ist das dann vor allem für die Mitarbeitenden oder auch für die Studierenden? Weil auch Studierende, das ist vielleicht nochmal ein eigener Punkt oder der die Uni auszeichnet als Ort. Es kommen ja viele Leute dazu, die Sie gar nicht angestellt haben, sondern die sind halt bei Ihnen, um zu lernen. Ja, wir sind ein offenes System. Ja, und das macht es auch extra heikel, oder? Ja, wobei wir schon die Wahrnehmung haben, dass wir schon einen großen Schritt vorankommen, wenn wir bestimmte Dinge für Führungskräfte schon mal verbindlich machen, die dann ihrerseits, weil sie einfach merken, wie sie selber mit dem Kopf in einer gewissen Schlinge hängen, die dann auch ein Interesse daran haben, diese Informationen und auch die Wachsamkeit weiterzugeben. Und das sind natürlich Dinge, die auch gar nicht so einfach einzuführen sind. Also wenn wir zum Beispiel eine verpflichtende Schulung für alle Dekane, Dekanin, das sind die Chefs und Chefinnen unserer neuen Fakultäten, beschließen wollen, dann beschließen wir das nicht einfach, sondern werben um deren Verständnis und binden die mit ein. Und wenn sie umfassendere Sachen machen, müssen wir mit dem Personalrat sprechen. Also wir sind ja in Organisationen keine Diktaturen, das wird breit diskutiert. Aber häufig hilft dann schon diese Diskussion alleine auch teilweise das Problem zu lösen, weil wenn das Thema Sensibilisierung ist, müssen sie häufig gar nicht mehr irgendwas vorschreiben, sondern in einer Einrichtung, wo durchweg intelligente Menschen, die lesen und schreiben können, arbeiten, die verstehen dann schon, was das Problem ist. Und zum Beispiel dieser einfache Hinweis, klickt nicht jedes blöde Attachment an, führt manchmal dazu, dass die Leute dann ihre Neugier und ihren Spieltrieb vielleicht doch mal beherrschen und gleich auf Löschen drücken. Und das ist schon ein riesen Meilenstein, wenn man so weit kommt. So unangenehm so ein Angriff ist, er führt natürlich auch dazu, dass eine ganze Organisation sensibilisiert wurde. Es ist für alle erstmal ein wachsames Thema und Sie haben gesagt, dass auch Lücken geschlossen werden konnten. Also natürlich kann man auch aus dem lernen, was da passiert ist und im besten Fall Schlüsse ziehen. Sie haben vorhin noch einen Punkt angesprochen, wo ich gerne nochmal drauf eingehen wollen würde und dich fragen, Michael, wissenschaftliches Arbeiten ist ja per se eins, was nicht hermetisch abgeriegelt stattfindet, wie zum Beispiel bei einem großen, ich weiß nicht, Energiekonzern. Da kann ich mir viel vorstellen, viele arbeiten einfach im System, sind mit ihren Aufgaben betreut. Die Wissenschaften arbeiten viel in Projekten, man arbeitet viel mit Projektträgern, man arbeitet mit anderen Institutionen zusammen, da werden auch Daten ausgetauscht, weil man voneinander miteinander lernt. Und sind diese Punkte, dieses Miteinanderarbeiten, ist das eine Herausforderung, wenn du auf so ein System, Forschungseinrichtungen guckst? Definitiv. Wie kann man denen begegnen? Also ich sage mal so, die EDV ist nicht dafür bekannt oder die IT-Abteilung, einen Beliebtheitspreis bei den Mitarbeitenden zu gewinnen. Ich glaube, du als Kollege schon, oder? Nee, auch glaube ich nicht. Gut, okay. Die EDV. Aber bleiben wir mal bei der EDV grundsätzlich. Weil grundsätzlich sind wir die Spielverderber, die den Spaß aus dem Arbeiten nehmen. Und wir meinen es ja nur gut mit den Leuten. Wir wollen ja einfach nur, dass die in Zukunft auch weiter vernünftig mitarbeiten können. Und deswegen ist es einfach wichtig, für alle einen gesunden Kompromiss zu finden zwischen Zusammenarbeit und Einschränkung. Also ich kenne durchaus Unternehmen, da sind die USB-Ports auf den Rechnern gesperrt, damit niemand verseuchte USB-Sticks einstecken kann. Das ist natürlich schon ein echt krasser Schritt. Ich weiß nicht, was hier los wäre, wenn das so wäre. Aber ja, man muss eben für alle das verträgliche Mittelmaß finden. Und da kann ich wirklich auch nur um Verständnis für die IT-Mitarbeitenden werben. Die machen das ja nicht aus Spaß und sagen, nein, bitte nicht, liebe Geschäftsführung. Sag, dass das so und so laufen muss. Ja, machen wir mal einen Schritt zurück. Warum gibt es diese Angriffe? Also was ist das Ziel, was erhofft man sich da zu erbeuten? Gerade wenn wir uns überlegen, Forschungseinrichtungen arbeiten, sozusagen Projekte, die auch noch im Fluss sind, wo man ja auch gar nicht sagen kann, da werden jetzt so hochsensible Daten abgerufen. Aber was sind da vielleicht die Beweggründe? Ich weiß nicht, können Sie aus Wuppertal... Also ich glaube, da gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Das Erste ist, da gibt es natürlich auch Leute, die da einfach aus Spieltrieb unterwegs sind und sich freuen, wenn sie da als die Helden, die irgendein System geknackt haben, bekannt werden. Und das geht ja manchmal auch durch die Presse. Und gehackte Organisationen tun bei solchen Leuten einfach gut dran, wenn sie denen dann auch die nötige Wertschätzung erweisen und die dann als nächstes möglichst als Berater gewinnen können. Dann helfen die nämlich auch wirklich, Probleme zu lösen. Es gibt aber leider einen wachsenden Bereich von Hackern, die entweder unterwegs sind, einfach um Lösegeld zu erpressen. Leider auch bei Universitäten, obwohl sie eigentlich wissen könnten, dass da nicht viel zu holen ist. Aber steter Tropfen nährt den Stein. Also das sind ja wirklich auch Hunderte und Tausende Angriffe pro Tag, über die wir in bestimmten Kontexten miteinander reden. Von den meisten hört man nie was. Die allermeisten verpuffen auch, aber auch eine normale Hochschule wird täglich mehrfach, zigfach große Unis wie Frankfurt hundertfach angegriffen. Und das meiste wird dank der Genialität unserer IT-Kollegen, Kolleginnen so abgepuffert, dass man davon nichts mitkriegt. Aber da sind extrem viele unterwegs, einfach aus Geld gehe. Das ist ein Business-Modell. Und man weiß ja auch, in welchen Ländern da die Hubs sind, wo anscheinend der staatliche Schutz gar nicht so besonders ausgeprägt ist und der Wunsch, solche Gruppen dann auch zu verfolgen, zu unterdrücken. Und das nährt natürlich den Verdacht, dass es da auch eine dritte Gruppe noch gibt, die nämlich mit staatlichen Akteuren unter einer Decke steckt. Es gibt ja auch Vermutungen, dass sogar bestimmte Regierungen da einen nennenswerten Finanzierungsbeitrag generieren und natürlich dann auch ein Interesse an Daten haben als Stichwort Spionage, Wirtschaftsspionage. Es gibt auch Wissenschaftsspionage. Und da können natürlich bestimmte Forschungsgruppen auch mal oder Forschungseinrichtungen ins Visier von Akteuren kommen, gerade wenn es um die staatlich gesteuerte Spionage aus dem Ausland geht. Sie haben es gerade so vage ausgedrückt. Kann man, Michael, kann man irgendwie bemerken und was, dass es seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine von Seiten Russland, dass das insgesamt auch nochmal mehr wurde? Oder kann man da eigentlich nicht wirklich einen Trend mit erkennen? Würde ich nicht in Zusammenhang damit bringen. Also mehr wird es allemal, aber ich würde das jetzt nicht darauf beziehen. Absolut nicht. Hast du noch Ergänzungen zu dem, was Frau Wolf gerade gesagt hat? Ja, die Entführung, die Lösegeldzahlung für Daten, das ist im Moment das, was wirklich die meisten beschäftigt. Das gab es früher einfach nicht. Heutzutage soll das dann alles in Bitcoins bezahlt werden. Ja. Ja, und da wird es den Leuten leider inzwischen auch relativ leicht gemacht. Man kann also komplette Hacking-Pakete übers Dark Web bestellen. Diverse Organisationen bieten da an für ein paar tausend Euro, wie man einen veralteten Exchange mal eben knacken kann, bis hin zu mehrere Millionen für wirklich extrem ausgefuchste Sicherheitssysteme, für nachgebaute Entwicklerzertifikate und was weiß ich nicht alles. Also das ist wirklich ein Riesenmarkt. Ja. Muss ich aber sagen, wenn ich das sowieso nicht können muss, weil ich mir diesen Dienst einfach einkaufe, wäre meine Idee nicht eine Forschungseinrichtung anzugreifen, sondern dann irgendwas, was mir lukrativer erscheint, wenn ich mich in so einen Kopf reinversetze. Ja, das Ganze ist ja ein Kosten-Nutzen-Kalkül. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, bestimmte Wissenschaftseinrichtungen sind einfach leichte Ziele, wenn sie sehr dezentral sind, mit veralteten Systemen arbeiten. Und wenn sie dann so einen Kurs-Nutzen-Kalkül aufstellen, kann es eben lukrativ sein. Genau solche Organisationen, wo sie jeweils nur relativ wenig rausholen können, ein paar Zehntausend Euro, das aber alle drei Tage schaffen, das ist im Zweifelsfall ein sichereres und lukrativeres Geschäftsmodell, als wenn sie jedes Mal da den großen Dreh versuchen, High Risk mit einem großen potenziellen Lösegeld, aber geringer Erfolgswahrscheinlichkeit. Und deswegen ist einfach inzwischen eigentlich, glaube ich, für jede Lücke da irgendwer unterwegs. Also da kann man sich nicht auf seinen Lorbeeren aus... Selbst Private können ja schon erpresst werden. Ich weiß nicht, ob das auch schon ein Markt wird, aber die gucken einfach überall, wo was zu holen ist, mit einem vertretbaren Einsatz und Risiko. Zack, sind die da drin. Unternehmertum at its worst sozusagen. Ja, klingt aber auch danach, dass man es insofern in den Griff kriegen könnte, wenn man dem die finanzielle Priorität einräumt und dann damit auch ein bisschen, ich weiß nicht, sagen wir mal hausieren geht, um klarzumachen, wir haben hier aufgerüstet, hier läuft nichts mehr, oder? Na klar, das ist ja auch etwas, was viele versuchen mit vereinten Kräften immer wieder zu betonen, bei uns gibt es nichts mehr. Und natürlich ist auch eigentlich wichtig, diese Wir-zahlen-nicht-Mentalität. Diese Debatte bekommen Sie immer dann mit, wenn es um die Frage geht, kann man sowas versichern? Weil in dem Moment, wo ich als Einrichtung dieses Risiko vollständig abwälzen könnte, wäre meine Bereitschaft, da zu investieren, wo ich die Risiken verringern kann, natürlich auch schon wieder gedämpft. Also das sind auch spannende Regulierungsfragen für die Politik. Welche Anreize setzt man? Mit welcher Regulierung, mit welcher Absicherung? Wenn die Leute sich zu sicher fühlen, können sie eben auch wieder slacken. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Politik. Meine Frage wäre, wo liegt das denn? Also diesen Ansatz, den ich gerade umrissen habe, wo Sie gesagt haben, dass das geht, im Grunde muss man aufrüsten. Ist das eine Frage, die letztlich bei der Politik liegt? Weil wir reden hier über Forschungseinrichtungen, die bezuschusst werden vom Land, sowohl das Wuppertal-Institut als auch die Unis natürlich. Ja, also gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Also die staatlichen Einrichtungen haben massiv aufgerüstet. Ich habe das im Rhein-Main-Gebiet mitbekommen. In Wiesbaden sitzt die zentrale IT-Einheit und Expertise auch des Bundeskriminalamtes. Und es sitzen im Rhein-Main-Gebiet, in Darmstadt alle möglichen Forschungsinstitute, die wirklich auch auf Cybersicherheit spezialisiert sind. Und es sind ja weitere Einrichtungen auch gegründet worden in Halle, so eine Cybersicherheitsagentur. Bin mir nicht im Einzelnen sicher, wie weit die vernetzt sind. Diese Cybersicherheitsagentur hat dann auch wieder besondere Aufgaben, weil sie eben auch mit dem Verteidigungsministerium verknüpft ist. Ich vermute, dass Deutschland wie immer im Vergleich zu Israel oder USA da sehr stark auch im Klein-Klein und mit Zuständigkeiten operiert. Aber es ist wahnsinnig viel passiert und es geht auf die Geld rein, auch in die Forschung. Ist das auch deine Wahrnehmung? Du hast gerade gelacht über den Vergleich, aber ist das auch deine Wahrnehmung? Ja, dagegen sind wir natürlich, also auch IT-sicherheitstechnisch eine ganz, ganz kleine Nummer hier in Deutschland gegen Israel oder die USA. Die ganze Sicherheitssoftware, die kommt ja auch von da. Das heißt also, wir können das im Prinzip leider nur alles einkaufen. Eine eigenständige Entwicklung, eigenständige Ideen, die gibt es hier in Deutschland ja leider gar nicht mehr. Der Angriff auf die Wuppertaler Uni hat während Corona stattgefunden, Sie haben es kurz gesagt. Seit Corona sind wir aber auch zunehmend im Homeoffice und arbeiten viel mehr, viel dezentraler. Sprich, es gibt viel mehr Angriffspunkte auch, oder Michael? Ja, das ist ein richtig großes Problem. Wir können als IT natürlich nicht jeden privaten Router überwachen, ob der mit den aktuellen Sicherheitspatches versorgt ist etc. Und also da hängen dann auch gleich wieder diese ganzen People-Issues mit dran. Man muss die Menschen dann dafür gewinnen, dass sie das machen. Aber Videokonferenzen ist auch so ein Thema. Am Anfang haben wir gemerkt, dass da auch noch ganz andere potenzielle Lücken sind. Nämlich wenn die Leute anfangen, da vertrauliche Dokumente zu teilen und geheime Wahlen abzuleben. Am Anfang ging ganz vieles nicht im öffentlichen Sektor über Videokonferenzen, was natürlich für Gremiensitzungen verheerend ist, wenn sie da Berufungsvorgänge abstimmen müssen oder Hochschulwahlen durchführen. Also da gibt es Sicherheitsanforderungen vom Feinsten. Ist alles lösbar? Ich meine, Wissenschaft geht immer davon aus, dass wenn wir ein Problem wirklich begriffen haben, uns gut beschreiben können, dass wir es auch lösen können. Aber es ist unglaublich viel, was man bedenken muss. Und es wird dann gleich auch sowohl technologisch als auch organisatorisch als häufig auch juristisch total anspruchsvoll. Denken Sie an spannende Fragen bei Online-Überwachung von Videoprüfungen. Da tun sich juristische Abgründe aus, was alles nicht geht. Also Sie haben die charmante Vorstellung, Sie können ja dann jemanden, der zu Hause am Schreibtisch eine Klausur schreibt, einfach mal durch die eigene Kamera gerade eben überwachen lassen. Autsch, schreit jeder Datenschützer. Und schon stecken Sie in so Dilemmasituationen. Also da haben sich völlig neue intellektuelle und natürlich ganz pragmatische Handlungsfelder aufgetan, wo, glaube ich, am Anfang während Corona auch eine Menge einfach getan worden ist. Inzwischen ist das alles so eingesammelt worden. Es gibt dann immer relativ schnell, das ist ja auch das Schöne an Technik und an Wissenschaft, brauchbare Lösungen wirklich aus allen disziplinären Perspektiven. Aber am Anfang knirscht es immer schon im Gebälk, wenn zunächst mal festgestellt wird, dass, wenn die Bildungspolitiker sagen, dann macht eben virtuelle Prüfungen und die Justizminister dann sagen, aber nicht so, dass das nicht so schön ist. Aber wie gehen Sie mit diesen People Issues, mit diesem Governance-Thema, haben Sie es vorhin genannt, wie gehen Sie damit um? Also wie kriegen Sie es rein praktisch in Ihre Organisation und wie machen Sie das? Darüber reden. Und zwar wirklich in allen Gremien. Wir haben ja viele gewählte Gremien, in denen dann auch Vertretungen sitzen, die ihrerseits wieder anderen Gruppen berichten, eine Multiplikator-Wirkung haben. Also Sie hier oben, Kommunikation und natürlich auch die eigenen Websites nutzen, andere Medien eine Dark-Website haben, falls die erste Mal weggeschossen wird. Und also man kann gar nicht genug kommunizieren. Man merkt aber auch, dass es dann, Wissenschaftseinrichtungen sind ja sehr kommunikationsfreudig, tatsächlich auch Thema wird in allen Fakultäten, in zentralen Einrichtungen. Darüber gesprochen wird, auch Personalräte total konstruktiv positiv sind, in Studierendenvertretungen auch. Also es hat ja keiner was gegen Datenschutz. Die Leute haben es nur gerne, wenn man ihnen erst mal das Problem erklärt und sie da mitnimmt, bevor man ihnen dann irgendwelche lästigen Lösungen aufs Auge drückt. Ja, so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast. Also man muss diese Balance finden aus dem Datenschutz, dem Sicherheitsthema und gleichzeitig eben noch ein angenehmes Arbeiten ermöglichen für alle. Ja. Wir haben über verschiedene Maßnahmen wie miteinander reden, kommunizieren, haben Sie gerade erwähnt gesprochen. Wie wichtig sind die im Verhältnis zu technischen Sicherheitsmaßnahmen, Michael? Locker 50-50. Weil es ist letzten Endes so, wir hatten über die Schulungen etc. gesprochen und auch über ein Learning von einem vielleicht stattgefundenen Angriff. Leute kommen, Leute gehen. Das ist nach ein paar Jahren raus aus dem Unternehmen. Von daher, man muss wirklich Papagei sein und regelmäßig wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und die Leute verstehen das auch für die nächsten paar Tage. Und dann ist es wieder weg. Ich kann das auch nachvollziehen. Da sind andere Sachen im Kopf. Da muss dann schnell gearbeitet werden. Auch die müssen schnell reagieren und, und, und. Und, ja, sowas lästiges wie Sicherheit und Datenschutz, naja, wird schon nichts passieren. Sie haben gerade so ausführlich erzählt, was das für Sie bedeutet. Aber wie viel Zeit investieren Sie tatsächlich in Ihrem Job als Rektorin für dieses Thema Cybersicherheit? Was würden Sie so schätzen über den Daumen? Ja, ich hoffe in Zukunft ein bisschen weniger. Aber solange das noch so virulent an der Uni war, Sie meinen jetzt mich als Person, ja, vor und nach jeder Gremiensitzung, zwischendurch die Updates, das war schon viel. Bei mir vielleicht fünf Prozent meiner Arbeitszeit im Maximum. Aber wir haben Dutzende von Leuten, die da phasenweise 100 Prozent ihrer Kapazität reingesteckt haben. Und auch jetzt noch etliche, die mit der Hälfte ihrer Kapazität dabei sind. Also es ist schon sehr Manpower-intensiv. Wir werden es irgendwann mal nachkalkulieren, was es uns gekostet hat. Es gibt ja schon immer erste Kalkulationen, was uns Cyberangriff gekostet hat. Mein Verdacht ist, die haben keine Vollkostenkalkulation gemacht. Es ist immer mehr als die paar Millionen, die da auf dem Papier stehen, wenn man wirklich die Personalkosten mit reinrechnet. Und das alles für die Hoffnung, ein bisschen Geld zu erbeuten? Die Hoffnung anderer, ein bisschen Geld zu erbeuten, wenn es noch unsere wäre. Geld werden sie damit nicht verdient haben, mit der ganzen Sache. Aber wir lernen was. Und ich meine, man muss das Ganze ja auch mal irgendwie dann in den Duktus der eigenen Wissenschaftswelt wieder übersetzen und dem was Positives abgewinnen. Also letztlich entsteht ja auch wissenschaftlicher Fortschritt aus solchen Bedrohungsszenarien oder Überraschungen. Ich glaube, dass viele dadurch unglaublich viel lernen. Und man kann das jetzt zynisch sehen oder auch einfach ganz sachlich beschreiben. In einer Zeit, wo viele Angst haben, dass durch KI eine Menge Jobs wegfallen, kann man gleichzeitig damit trösten. Aber in der Cybersecurity kommen erst mal ganz, ganz viele dazu. Und das kann man ja dann auch konstruktiv werden. Die müssen ja nicht alle Hacker werden, sondern da kann man auch dann eben diese Dienstleistung wirklich konstruktiv entwickeln und aufbauen. Wir haben über die Probleme, über Ihren Vorfall etwas ausführlicher gesprochen. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Podcast-Folge Sie und euch noch fragen, was euch denn Mut macht angesichts der Herausforderung. Sie haben gerade schon ein bisschen angerissen, was aus Ihrer Sicht da in Frage kommt. Vielleicht nochmal an dich, Michael. Was macht dir Mut, dass dieses Thema sich auch zum Guten entwickeln kann? Tatsächlich sind es die Schulen, auf die ich jetzt verweisen kann. Weil inzwischen wird in Schulen, zumindest so in den höheren Stufen, gezielt darauf eingegangen. Weil auch da sind die IT-Systeme immer verbreiteter. Und es gibt inzwischen ganz normale Schüler, die sind so eine Art IT-Beauftragte. Und die geben dann den Neuen die Leitlinien vor, wie an der Schule gearbeitet wird. Das heißt also, es wachsen direkt Leute heran, die nicht nur TikTok oder irgendwie sowas machen, sondern auch tatsächlich schon so ein bisschen mit dem Thema IT-Sicherheit geimpft wurden. Und ich glaube, je früher man damit anfängt, desto besser ist es für alle. Ist das Thema Sicherheit für dich auch etwas? Also wir kennen alle die Sicherheit im öffentlichen Raum. Wenn ich über die Straße gehe, möchte ich mich sicher fühlen. Dafür haben wir Infrastruktur gesellschaftlich geschaffen. Die Cyber-Sicherheit hat die gleiche Priorität, sie ist nur unsichtbar. Aber wir müssen sie eigentlich gesellschaftlich genauso lernen. Ich weiß, dass ich das so grundsätzlich, wie du es gerade mit Schule umrissen hast, nie gelernt habe. Aber es wäre notwendig? Auf jeden Fall. Ja, das wird ja auch kommen. Also genauso wie es Verkehrsunterricht in der Schule gibt, damit jeder lernt, was eine rote Ampel bedeutet. Also so ein Wissen, was wirklich doch elementares öffentliches Gut ist. Sprich, es ist in meinem Interesse, dass auch Sie wissen, was eine rote Ampel ist. Deswegen macht man sowas ja auch als staatliche Aufgabe und nicht als private. So ähnlich wird das auch mit IT-Themen kommen. Also der Druck, IT-Expertise in den Schulen relativ frühzeitig zu vermitteln, steigt. Ja, da wird immer gepapelt, die Kinder sollen programmieren lernen. Und damit meint man dann irgendwelche Felder anklicken können. Wir alle wissen, ein gut gemachter IT-Unterricht vermittelt eben eine viel breitere Expertise, die sich nicht drauf erschöpft. Also Pseudoprogrammieren zu lernen im Interesse von irgendwelchen kurzfristigen Anwendungen. Das wird kommen. Es gibt auch noch was Zweites, was einem Hoffnung machen könnte. Das habe ich in Hessen so beobachtet. Da war ja die erste Uni, von der bekannt wurde, dass sie wirklich übel attackiert war, die Uni Gießen. Das liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Da war ich noch als Präsidentin an der Frankfurter Uni. Und Danny Mukherjee, der Kollege von Gießen, hat uns schnell informiert. Und es war reflexhaft, dass wir alle angeboten haben, können wir dir irgendwie helfen? Natürlich hat er auch die Wiesbadener und die Darmstädter Expertise da abgerufen und mit allen Serviceeinrichtungen gearbeitet, die es so gibt. Aber am Ende war es so, als ein paar tausend Arbeitsplatzrechner einfach neu installiert werden mussten, was man nicht die Leute selber machen lassen wollte, um sich nicht gleich wieder Risiken einzufangen. Da waren wirklich Armeen, also auch von uns, richtig dutzendweise unsere Mitarbeitende aus dem Hochschulrechenzentrum in Gießen unterwegs, um wirklich da solidarisch zu helfen. Und ich finde, sowas ist auch was, was irgendwie ermutigt, dass man sich doch auch so innerhalb der Hochschul- und Wissenschaftsfamilie, wenn es wirklich darauf ankommt, vernünftig hilft. Und dann das, was man sonst manchmal auch so wahrnimmt, so eine etwas unproduktive Konkurrenz, wie ich finde, dann zumindest, wenn es wirklich Notfall gibt, wirklich mal in den Hintergrund tritt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Wolf, für deine Zeit, Michael. Sehr gern. Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Und ihr, liebe Hörerinnen, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, kommentiert, weiterempfehlt. Ihr wisst alles, wie man damit interagieren kann. Das hilft diesem Podcast und uns sehr und wir freuen uns darüber. Außerdem solltet ihr Fragen oder Wünschen nach Themen haben, gerne an Zukunftswissen unterstrich fm at wuppeinst.org oder über die Social Media Kanäle des Wuppe-Partei-Instituts. Auch das wird uns erreichen. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. 作 um Zuhören und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020